ja sehr gut ist direkt da unten die ersten ok da unten oben sind sie diese dinger gehasst haben immer noch wie spricht man das aus hat paul ein schwertemund paul hat eine klinge das ist cool ja Ist das eine Schildkröde? Das ist eine Schnecke. Sie zahlt keine Steuern, der blöde Wichser. Das ist geil mit der Fortbewegung. Das ist ein cooles Feature. Ich finde es schön, dass sie da diese Kralle aus Monster Hunter World Iceborne so ein bisschen umgewandelt haben. Ach, da ist so eine Seidenspinne, sehr schön. Entschuldigung, Marionettenspinne. Das ist eine Schildkröde. 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 Komm, wir brauchen noch ein paar Materialien. Das ist eine Schildkröde. Mannes, das Reiten ist cool. Das ist cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Na? Wir wären doch angeblich Gegner. Ah, da sind diese wilden Katzen. Was hat denn das für eine Waffe? Ach, ich habe diese Insektenjagden gehasst mit einer Nahkampfwaffe. War immer eine Katastrophe. Hat ewig gedauert. Diese Untersuchungsquests aus Monster Hunter World meine ich damit. Ja, wenigstens habe ich jetzt alles an Gebieten freigeschaltet. Ich sehe jetzt wo was ist. Was ist denn das da? Ach, da sind wohl zwei Stück aneinander geraten. Ach, da hinten ist wieder etwas aufgetaucht. Ja, da sind sie. Komm, einer noch. Mist. Ja, das ist alles Material. Ja, das ist alles. Okay. Ja. 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 Na komm, hier wird wohl irgendwas zum abbauen noch sein. Ich brauche nur noch ein Erz oder sowas. Menno. Ja, da ist es. Oh, okay. Ich brauche doch noch eins. Ah, Schlafkraut. Super. Perfekt. Der Umweg hat sich doch gelohnt. Da kann ich jetzt das nächste Monster, das ich ja gefangen habe. Ja. Oh, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Das ist glaube ich Wasserkraut, oder? Flussfahren, meine ich ja. Komm. Komm. ich muss gucken ob ich noch irgendwo ein erz auftreibe komm ein erz ich brauch nur ein erz erz für die welt kann ich vergessen naja jeple habe ich Monster Fluid, saugen Käfer aus Monstern. Schmutz, sag ich hier. Gagero der Händler, Minotou das Städtenmädel, gefällt mir, das ist ja cool, mit dem Like-System finde ich nice, so kann ich jetzt Fallen herstellen, das interessiert mich jetzt. Beruhigungsbombe, ja, zwei Stück, passt, Schockfalle, eine, das ist okay. Ich habe doch noch Schlafkraut, da kann ich doch noch mehr machen. Ja, ich kann noch mehr Beruhigungsbomben herbauen. Herbauen, äh, herstellen meine ich. Ach, guck mal, Dennis spürt wieder ein bisschen Dragon Ball. So, dann gucke ich doch mal, ob ich was fangeln kann. Oh, die habe ich schon, Entschuldigung, hier. Ja, du alter Stalker, oh ja. Ja, Dennis, ich sehe auch, du hast wieder das Undälen von gestern an. Hm. Nani? Ich weiß, Dennis, ich weiß. Das ist so eine doofe Musik. Komm, wir machen mal, dass wir häufiger zerlegen können. Das klingt ganz gut. Dann kriege ich meine Materialien raus. Ah, Verleger und Verteidiger habe ich, sehr gut. So, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Also, wenn einer von den Viechern ausreicht, um, äh, alle Viecher aus den Flüssen verschwinden zu lassen. Nein, 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 dann... Dann! Ach, warte mal. Ach Gott, äh, Typ Sebi, tut mir leid. Ich habe gar nicht... Ich habe meinen Kopfhörer nicht auf. Ich habe den Alert nicht mitbekommen. Ach Gott, Scheiße, das tut mir leid. Danke für den Follow. Tut mir leid. Destruktive Völlerei. Das ist mein Ausdruck, wenn ich Sushi esse. 1 zu 1. Ah, ich weiß, wo der Sack sitzt. Ah, ich weiß nicht, was da in letzter Zeit mit OBS, äh, also mit Streamlabs los ist. Komm, sammeln wir mal noch ein bisschen was ein. Dann... Verteidigung hoch, super. Dann pack... Dann war's die Yang façon. concepts nach wie heute hier Three هي Zonen stehe. Von dieser ciel ist ja angeben und so einen wichtigsten Sollw диraum. Ich weiß nicht, dass sich erstmal einmal ein bisschen mehr Anaschformes kam oder leidische mal historicen Equation. Ugh, Nicias, obese man, muss das hier sein. Ja, ich wollte euch gerade zum Explodieren bringen. Es hat einfach funktioniert. Oh Gott, das Vieh hat mir einen abgeschüttelt und hat mir meinen Honig geklaut. Ja, Paul beißt euch in seinem Arsch fest. Uh, das war knapp. Ja, jetzt ist andere auch dabei. Alter, das war grad... Ja, ich hab ihn, sehr gut. Ja! 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 Ah, es gibt gut Material hier. Danke! Geh, Geh! Heiztocker 12.000 Einen wundervollen Sonntag Ja, komplett neu Also ich habe das Tutorial mal gespielt am Release Tag Dann habe ich es aber leider nicht mehr gespielt Aus verschiedenen Gründen Und ich habe mich entschieden heute wieder anzufangen Und ja, ich bereue es, dass ich jetzt erst richtig anfange Au Okay Wir können Steine werfen, um kurz zu wissen Ah, das war es mir wert Kann sein Ich glaube, wir haben bei Kann das sein, bei Monster Hunter Generations Für die Switch Kann das sein Oder war das bei Monster Hunter World vielleicht Iceborne kann sein Ich hatte ein paar Stück, die damals gefolgt sind Als ich mit der Energieklinge angefangen habe Viel zu lernen Was übrigens nie geklappt hat PS4, ja Ich habe es lang nicht mehr gespielt, muss ich sagen Seit dem Update Ähm Wo Wie heißt sie nochmal Ach, die Schauspielerin von der Alice aus dem Resident Evil Film Seit die Durch das Update reingekommen ist Habe ich es nicht mehr gespielt Weil ich diese Schauspielerin absolut nicht leiden kann Und es mich ankurzt, dass sie jetzt eins meiner Lieblingsspiele für mich kaputt gemacht hat Ja toll Diese Kombi würde ich die ganze Zeit machen Und wusste nicht mehr, wie ich es mache Ah Ja Ja, sie vom Movie Das war knapp Wie geht's dir? Hast du auch schon mit Rise? Hast du Rise auch schon gespielt? Oder Ähm Heute mache ich noch alleine Heute mache ich noch alleine Weil ähm Ich will nicht mit in der Jagd aufhören Weil meine Streamzeit läuft eh gleich ab Also ich habe heute noch ein bisschen was vor Und das wird vielleicht nur noch für eine große Jagd reichen Aber ich werde es jetzt wieder regelmäßig zucken Ähm Du kannst aber mit Ausrufezeichen FC Falls wir uns noch nicht auf der Switch haben Mir gerne Eine Freundschaftsanfrage schicken Ach du Scheiße Ich bin jetzt bei 3 Stunden 4 Stunden Äh Insgesamt Rise 4 Stunden 4 Stunden 4 Stunden 5 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 Stunden 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden dazu ich liebe den natur aus ich finde so schade dass er bei monster an der welt nicht dabei war ich sehe auch direkt wo er hingeht das ist ja super ja dazu ist ja mehr auf honig und fisch und so ein kram ich fand die präsentation damals in monster 103 generation zu schön was war das gerade ich habe da irgendwas irgendwas getroffen aktiviert was ich gar nicht wollte alter ich kack ab also welt war auf jeden fall von der steuerung hier einfacher ja das problem ist ich will immer b drücken und drückt weil ich den xbox controller gewohnt bin bei der flächte ich habe ich kein problem mit dem controller weil es halt auch andere symbole sind aber das ist tatsächlich immer an der switch so ein großes problem bei mir nein 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 ich habe auch im pool controller aber wie gesagt ich habe ganz große probleme mich da immer an die steuerung anzupassen wie gesagt ps4 xbox kein problem aber switch controller jedes mal jedes mal ein trauerspiel eigentlich hätte es jetzt gerade schärfen können ich wollte eigentlich fangen ich wollte eigentlich gar nicht da liegen gibt es eine taste wie ich hier das menü überspringen kann das meine ich bei monster in der world konnte es ja mit der starttaste aus dem menü raus geht also aus diesem video rausgehen konnte ich schon anfangen zu looten b ist da wo eigentlich alles gut es ist so schlimm es ist jedes mal ein trauerspiel ja das war ja beim monster hunter world genauso das hat am anfang auch keiner gewusst gott war ich dank weil ich das rauskommen habe aber auch nur weil irgendwann weil ich gesehen habe dass leute angefangen haben zu looten während der sequenz da bin ich erst drauf gekommen dass man sie überspringen können können das vom back die zünder einer nach zwölf minuten ich habe bei ihnen in den let's play gesehen dass einer dass die das vielen eineinhalb minuten erlegt hat und 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 Untertitelung des ZDF, 2020